Eins. Hallo und herzlich willkommen zurück zu We Need To Go Deeper. Ich bin Mr. Cutter 4, let's play in das Kaninchen und mit dabei ist SK. Hallihallo. Der Lotse Leo. Ja, ahoi hoi. Ahoi hoi. Und Flummi. Hallo. Die jetzt mit der Tesla-Waffe bewaffnet ist. Oh mein Gott, ich geh weg. Was soll ich das? Ja, es gab einen Patch vor einiger Zeit schon mit ganz vielen neuen Kram. Zum Beispiel einem neuen Schiff der kleinen Perle. Ein Schiff für eigentlich zwei Leute. Mit verstärkten Schilden und mehr EMP. Und das ist insoweit auch wichtig, weil das EMP ist jetzt auch insoweit verändert, dass es Energie braucht oder Benzin braucht. Also Munition sozusagen. Die kann man und muss man finden. Und es gibt auch Treibstoffe, das hast du nicht gesehen. Also es wird einfach nur noch schlimmer und es wird noch mehr Chaoten zwischen Kram geben. Und wir werden noch mehr panisch rumlaufen, weil irgendwas fehlt. Und ja. Gut. Die Rollen sind verteilt. Glaube ich, ne? Ja. Gut, dann gehe ich an meine Position. Wir starten. Wir starten. Ich bin zum ersten Mal in diesen komischen Dingern hier unten, ne? Ja. Ich habe jetzt, äh, volle Kraft voraus. Äh. Das macht sich letztes Mal gut erwiesen. Wieso fährt das Ding nicht? Weil du fahren musst. Wie fährt man denn? Damit wir ja erst die bewegt sich gar nicht. Ich glaube, das ist das A jetzt. Aber ich lenke, ich lenke aber auch nicht. Gott, das ist gut. Es ist, das war EMP. Okay. Sehr gut. Hat es Strom verbraucht? Ja. Ich stelle mich mal vor, dass man... Man steuert doch mit WASD. Sehr gut. Das in der Mitte am besten nicht berühren, weil das ist... Ach, guck mal. Ah, super. Das hat SK sehr gut gemacht. Er wollte es nämlich mal zeigen, wie das geht. Wie das mit dem Benzin. Das sieht man jetzt hier. Das sieht man auch. Fehlt jetzt. Fünftel oder wo noch. Genau. Das an nicht erfassen. Warum fährt das nicht? Man macht das das mit WASD, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Es ist echt lange Zeit. Mal, geh mal weg. Oh Gott, Enter. Nein, Enter wollte ich... Kennst du das? Lumi D. Ja, was? D. Ich will hier wieder raus. Komm ich hier wieder raus? LILL. Das Ding fährt nicht. Geh mal raus, da. Mächtiges Schiff bewegt sich. Wie fährt das denn? Warte mal, wie war das denn? Das war mit weh er ist, eh. Wie ist das geändert? Ziemlich sicher. Oh, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Warum fährst du jetzt? Ich fahre? Ja, du bist jetzt vorwärts gefahren. Wie funktioniert das? Ich möchte noch mal ganz kurz daran erinnern, wie gut Tricky gefahren ist letztlich mal. Das muss man erst mal... Also, ich bin auch schon mal gefahren und das war ganz einfach. Ich versteh's auch nicht. Es war nicht so schwer eigentlich. Vielleicht kann man jetzt mit der Maus steuern oder so. Ja, genau. Klicken. Ne, aber, hä? Klicker, 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 äh, U-Boot. Klicker hier oder hier. Das wär gut. Ne, aber es passiert ja... Ne, das stimmt eigentlich. Es war nicht so schwer, das Fahren. Nein, das war eigentlich ganz intuitiv. Ähm... Das komische ist auch, dass man fährt, wenn, äh, keiner am Steuer ist. Dann, in dem Moment, wo man ans Steuer geht, hört es aufzufahren. Äh, okay, das macht nicht so wirklich viel Sinn. Hä? Ja! Jetzt ist Strom weg. Vielleicht muss, vielleicht muss die Energie komplett auf... Pock. Es ist, es ist... Fantastisch, we need to go deeper. Ich mein, ähm... Dann müssen wir überhaupt erst mal runterkommen. Ich glaub, das ist unser Problem. Wir können auch nicht mal drehen, ne, oder wie? Nein! Hä? Warte mal. Hä? Ich hab übrigens einen Patch. Ja, ist gar... Kann ich nochmal ganz... Ich leg mich mal... Ja, jetzt hab ich's doch. Ja. Wie? Weiter geht's. Wie? Ja, ich hab mit B, A, C. Okay, Leo fährt. Ja, Leo fährt. Ich, ich geh hier wieder raus, vielleicht fast. Nein, nein, Leo fährt. Leo, du fährst. Wenn's bei dir funktioniert, fahr. Wir haben... Wir haben jetzt hier drei, drei Birnen auf Antrieb. Muss man, was muss man halt können, ne? Genau, das ist... Ach, das ist skill. Gar nicht, das ist skill. Und den haben wir natürlich nicht... Das haben wir nicht geskillt, ne? Also... Vielleicht auch, weil's nur für zwei Leute ist. Wir werden einfach völlig ignoriert. Nee, äh, kurze Frage. Wie schießt man? Ach, ich brauche Strom für... Strom für ein, äh, für ein, für ein... Oh Gott, da kommt schon irgendwas. Och, ein Strom in die Wände. Da kommt noch. Ja, ganz cool. Aber... Du hast vier Strom. Du kannst vier Strom verteilen. Tatsächlich. Hä? Warum ist es hier vier Strom? Oh, oh. Hier muss repariert werden. Ähm, es müsste... Vielleicht auch... Mach mal ein Schild an oder so, genau. Ah, es ist fantastisch. Ah, das Chaos. Hier oben ist noch Wasser. Ah, das Chaos. Wir hätten nicht so lange Pause machen dürfen. Oh, gleich eine Höhle. Guck mal, das können wir gleich mal nutzen. Um zu reparieren und überhaupt reinzukommen. Okay, perfekt. Und, und, und... Ab in die Höhle. Oh Gott. So. Schusswaffe voraus. Yeee. Ja, Schusswaffe geht vor. Tesla-Waffe, was kann die alles? Äh, wollte ich ja gar nicht runter, aber... Oh Gott. Oh Gott. Angriff der Hummer. Boah, ich... Ach, du hast mich vergiftet. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich schlagartig so viel Leben verloren. Du hast Leben verloren. Jetzt ging es wohl. Warte, dagegen kann ich was tun, wenn ich, äh, die richtige Farbe finde. In meinen, äh... Wer, wer ist vergiftet? Ach, mir egal. Hier, den. Äh, das war langsamer. Genau, ich muss auch immer wieder reinkommen. Das ist Schaden. Wir müssen erst mal wieder ein bisschen, weißt du, das kann... Es geht nicht, dass wir so durchschwaschen. Wir müssen das Spiel auch... Alter, wann hört denn das auf? Das ist ja schlimm. Oh, Geld. Oh Gott. Oh, Torpedos. Uh. Was macht denn diese Kanne? Was, was hast du denn da? Du hast Fuel. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin nur noch auf 5. Ja, warte. Äh, müssen wir mal runtergehen, dass ich auf den Boden werfen kann. So. Äh, ich muss aber wieder reinkommen in den ganzen Kamm. Warum liegen denn die Gegner auch noch so lange da rum? Taten sie das doch schon... Taten sie doch schon immer, glaube ich, oder? Ja, ist doch nervig. Heil ich euch nicht? Doch. Also mich schon. Okay. Glaub ich, hat man nicht von vornherein nur 9 Leben? Nee, 10. Okay. Ja, ich stelle mich mal hierhin. Ja, ich muss nur die richtige Farbe nehmen, weil nicht alles ist gut. Oh Gott. Ich brauche eine andere Möglichkeit, dass... Das ist so... Nein, das war die richtige. Das ist egal. Ich gehe jetzt. Sorry, ich gehe jetzt weg. Ich habe keine Lust mehr. Jetzt. Ah, 10. Wo seid ihr? Wir sind hinten. Waren wir jetzt schon überall? Ja. Warum? Ach, das ist vergiftet. Ah, gut zu wissen. Ich möchte nicht vergiftet werden. Warum nicht? Oh Gott. Ich war ungesund. Ah, alles ist gift. Die Dosis macht es. Das stimmt, ja. Fipronil ist auch nicht schädlich. Das war das, was jetzt in den Eiern drinne war. Okay. Nee, ich kann da gar nicht mehr ran. Ja, weil wir keinen Strom haben. Wir müssen nicht mehr fahren. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, dann macht einer von euch beiden, die nicht fahren können, hier unten irgendwie, diese Konsolen. Oh, ich muss ansteuern, glaube ich. Jajaj. Hui! So. Leertest du nochmal? Ist doch extra Schub oder sowas. Echt? Gibt es das? Vielleicht kannst du direkt damit auch das Dings auslösen? Den EMP? Das wäre lustig, wenn das gehen würde. Ich glaube nicht. Ah, bumm. Eisberg. Voraus. Salat. So. Nawal! Oh, noch eine Höhle. Alter! Cool. Fantastischer Seed. Da haben wir eigentlich ja so viele Torpedos, aber die heben wir uns, glaube ich, für den Endkampf auf, ne? 66 Torpedos. Ja, das ist eine gute Idee. Würde ich sagen. Oh Gott! Ich weiß nicht, was es macht. Ist das das Problem? Ich werfe einfach. Wird schon was Gutes tun. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht ein Leben. Aber wir halten die Gegner wesentlich weniger jetzt aus, ne? Oder war das damals auch schon so? Das war schon immer so. Oh Gott! Acht leben. Ja, okay, danke. Ich hänge hier gerade mal mit der Pipe Wrench. Du tankst. Ich glaube, wir müssen die Dinger kaputt machen. Wie viele sind denn das hier? Was ist das? Was kommt denn von da oben runter? Die kommen mir zu Besuch. Ach, ich merke das. Ach, ich merke das. Ach, ich lebe. Hügeln spawnen die ständig. Ah, okay. Boah, zuschlagen? Naja, das ist glaube ich. Oh Gott, von hinten kommen auch noch, von oben kommen auch noch welche. Also, ja genau, hier oben ist halt noch so ein Hügel. So ein Spawnhügel. So ein Nest. Das macht das. Wir haben es geschafft. Ich glaube, es hat richtig viel Geld gebracht. Ja. Wir machen das ja nur fürs Geld. Für die Söldnerseelen hier. Genau. Hä? Ich nicht. Wissenschaft. Äh. Geld. Geld. Hier liegt noch mehr Geld. Ingame wie in der L würden einige sagen. Was ist das? Ja, das ist es. Genauso. Was war das jetzt gerade? Mech zählt ab. Uh, Glückwunsch. 12 Leben. Eine Truhe. Und in der Truhe war? Nichts. Geld. Nee, Geld für alle. Geld. Geld. Oh, sorry. Das war, glaube ich, nichts Schlimmes. Aber ich glaube, dass das, äh, also das hat gerade richtig viel gebracht, dass wir dieses Viecherplatz gemacht haben. Geht das doch mit viel? Hä? Das ist auch neu, oder? Dass man hier so nur geduckt durchkommt? Ja, oh, cool. Die, die, die Farbe wird auch anders, ne? Geht's hier. Ja, stimmt. Wow. Super Speed. Ab und an. Muss auch mal sein. Ich hab immer noch keine Ahnung, was das Lila ne macht. Vielleicht macht man dann weniger Schaden. Es wär gut, wenn das auf uns zu werfen. Die ganzen Spawn-Dinger. Die sind aber auch neu, glaube ich, oder? Ja. Ja, die sind auch neu. Geh weg, du Krabbe. Oh. Was ist das? Oh. EMP, glaube ich. Tesla, äh, EMP-Upgrade. Ja. Sehr gut. Nützlich. Das ist geil. Wie sieht's lebensformulatisch aus bei euch? 10. 5. Leo? Oh, kann ich die haben, weil dann kann ich auch was tun. Ha, 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 ich bin weg. Was ist das? Was ist das? Was denn? Kannst du damit... Oh, nein! Wollt ihr nicht runterführen. Du bist kräftig auf den Kern und reparieren. Echt? Cooler Scheiße. Ich glaube, wir können wieder zurück. Ich hätte ja runtergekommen. Naja. Aber ich kann damit, glaube ich, nicht... Doch, ich kann schießen! Ich kann damit schießen! Wie cool. Und dann kann ich den reparieren. Das ist ja geil. Ha, 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 ha. Ich glaube, dass du quasi eine... ...so eine Nietenpistole, oder... Eine was? Nietenpistole? Ja. Genau. Das ist ein Plasma-Cutter. Ohne Plasma. Also nur ein Cutter. Eine der besten jemals erstellten Waffen. Irgendwie? Das ist supergeil. Ah! Ne, das ist ganz gut, weil jetzt kann ich auch vernünftig mich wehren. Weil das mit den Flaschen ist das so ein Ding. Oh, Munition! Ich darf Munition schießen? Ne, doch nicht. Ich dachte schon. Wir sind ein bisschen langsam. Es wurde ja ganz schön viel geändert. Also ich meine, das Schiff und die und sowas, das ist ja nur ein Teil. Es hat sich ja ganz, ganz viel geändert. Glaube ich, gelesen zu haben. Es ist ja auch wieder ein bisschen her, dass das, dass der Patch ja war. Es ist schon so lange her, dass ich es gelesen habe. Ja. Oh, 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 oh. Ja, chill. Eisberg voraus! Pinguine? Ach, Narwal! Oh, Loch! Äh, wieso komme ich hier nicht mehr raus? Ah, jetzt. Irgendwo oben muss ein Loch sein. Och, ist das... Alter, bewegt er sich schnell. Wir brauchen einen Kanonen-Mutation-Upgrade. Oh Gott, da kommt ein... Irgendwo muss noch eine Beule sein. Ah, jetzt. Vielleicht sollten wir... Hier ist ein Loch ganz unten. Ähm, die Energie ist jetzt gerade ganz schlecht, weil ich kann jetzt nicht mehr schießen. Warte, dann muss ich nachladen. Warte, oh Gott. Ich dachte, du wolltest mehr auf Schuss haben. Nee, hab ich nie gedacht. Ach so, dann... Ich kann's doch... Aber es ist okay, es ist okay, es ist okay. Ich seh grad übrigens, dass ich mit Extra-Speed halt, äh... Also ich verwende dieselbe Munition wie EMP praktisch, also Fuel, für extra Geschwindigkeits-Boost kurzzeitig. Oh, das ist an sich ganz cool, aber... Ah. Geh weg, du... Was? Wie konntest du das überleben, du verdammte... Ach, da ist ein Pinguin! Also ich glaube, wir können dann auch bald wieder auf normale Munition umsteigen. Wie viel Schuss haben wir? Das haben wir wieder schneller. Noch. Etwas über 50. Da kommt ein Tintenfisch! Wenn wir einen Tintenfisch haben, fehlt nur noch ein Tintenfisch. Oh Gott, hier werden angegriffen. Oh Gott. Wo sind die Lecks? Wo sind die Lecks? Ah, wir haben hier unten einen Gegner. Ja, da will ich nicht. Wollt ihr EMP haben? Ja, wäre ganz gut. Hier ist so ein Pinguin drin, ne? Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das ging. Im mittleren Schalter hoch. Ja. Gut gemacht. Ist der Gegner noch da? Kann ich hiermit reparieren? Kann ich damit? Ja, kann ich! Geil, auf Entfernung. Alter, Blutspritz. Der Lotse. Er reckt gerade noch so sein Kopf aus dem Wasser. Ja, guck mal, schau. Lief doch super. Okay, war ja? Ja. Du musst die Strom wieder verteilen, ne? Irgendwie kann ich E drücken und was hier passiert? Ja, du musst in der Mitte wieder auf mittlere Stelle, äh, in der Mitte bis jetzt auf ganz unten. Kein Strom, dann kannst du auch Normalstrom und dann Überladung sozusagen. Okay, wenn ich jetzt hier wieder weggehen könnte, wäre das noch schöner. Nee, eins nur. Eins reicht nicht. Nachweil und auch, okay. Ja. Oh Gott. So, großes Leck. Geh du, Fisch! Loch in der Mitte unten. Äh, ganz unten. Das ist eigentlich ein Säugetier. Da, da. Weiß, ich weiß, ich weiß. Loch hier ganz unten im Maschinenraum. Ich wollte hier rumalbern. Loch wahrscheinlich auch beim Torpedoraum. Loch soll auch weg. Alles ist gleich, es lebt im Wasser, also es ist ein Fisch. Ist richtig, ja. Ganz einfach. Das ist ja diese, diese doofen Unterscheidungen irgendwie. Ja, ne, ganz Kategorien und so. Ich, ey, jetzt braucht man im Alltag an. Atmet es in der Lunge, hat es Fell, ist alles unwichtig. Lebt im Wasser, also es ist ein Fisch. Oh Gott. Jetzt möchte ich Munition. Ja. Jetzt geht es ans Angemachte. Sehen wir hier irgendwo eine Beule? Irgendwo müsste noch eine sein, ne? Da kommt sie. Oh, 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 Friedensfisch. Geh! Ach, hier. Geh! 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 Bisher hat es uns nicht bekommen, wir haben echt Glück. Wir sind, wir haben halt einen guten Piloten. Ich, ich, ich krümel mich hier so lang. Und das Geile ist, dass diese Torpedoschüsse uns zusätzlich auch noch ein bisschen befördern. Ja. Hör mal weg vom, wo ist denn, ich seh's nicht. Ach, da. Ach, da, ich hab's gleich. Oh Gott. Geh! Geh! Wir haben irgendwo, na, sehr gut. Äh, das, äh, mit dem Orca, das läuft. Ja, das läuft, das läuft. Wo ist er denn da? Weg! 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 Oh Gott, das hat doch noch getroffen. Ja, ich, ich flieg mal hoch hier. Aus die Beule, aus die Beule. Ach, ach, Schwimmfahren fliegen jetzt sowieso auch alles ein. Ja, das stimmt. Und sich fortbewegen. Ja, gleich haben wir das. Ja, gleich. So, siehste mal. Weg, weg, weg. Weg, weg. Verliert da jetzt nicht sogar irgendwas, was man einsam nimmt? Ne, leider, oder? Vielleicht neuerdings. Guck mal. Vielleicht finden wir irgendwie ein Schwert plus zwei oder so. Ich glaub, wir brauchen gleich allerdings übrigens auch Licht, Leute, ne? Ja, dann wird's lustig. Jetzt schon? Noch nicht. Erst im nächsten Bereich. Und dann ist die Frage, machen wir das noch in diesem Video oder im nächsten? Ne gute Frage. Wir sind jetzt bei 19 Minuten. Es lohnt sich dann, das im nächsten zu machen. Ja. Dann soll die anhalten und nicht ins Licht fahren. Geh nicht ins Licht! Oh, ich stehe den Maum. Rock, Rock. Rock. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss! Tschüss! Tschüss!